Oh leu, wo sind wir denn jetzt? Was? Okay. Genau. Nein, eindeutig nicht. Hut, komm, irgendwo. Hut, 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 Hut. Äh, 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 hier muss doch irgendwo ein Hut sein. Ich glaub, ich bin zu dumm, die Hüte zu entdecken. Ich glaub, ich bin dazu echt zu doof. Ich bin jetzt zu doof, bin ich dafür. Zeltlager. Hey, mh, was? Moment. Ja, natürlich genauso. Hallo, Fremde. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land The Waste of Time. Aber ich bin kein Fremder. Da legen wir hier großen Wert drauf, ne? Mein Name ist Mermet. Ich gehöre zur Einheimischen Legion. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde ein und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Türbe. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sorgen, dass sich der wahre Sinn des Norms nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Ören zu tun hat. Ja, Zeitverschwendung und so halt, ne? Zeitverschwendung. Nein, 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 nein. Da war ein Zeiger. Ich will die Zeiger. Nein, scheiße. Okay, wow. Okay, Rufus geht auf den Bärsch. Auf den Bärsch. Aber ich glaube, hier ist gar nichts. Geh weiter, Rufus. Spring! Okay, du es nicht. Zeiger. Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. Scherz dich auch. Als nützlich erweist. Richtig. Richtig, richtig. Uhrenzeiger als Armbrustmunition? Tja, warum nicht? Eben, warum nicht? Kann man doch mal machen. Dann würde ich sagen, schießen wir aufs Zeltlager. Das ist zu weit weg. Dann gehen wir auf den Berg. Und schießen dann auf das Zeltlager. Ne. Ja, wir sind doch gar nicht gemeint oder so. Das ist zu weit weg. Deine Mutter. Ja, du schießt nicht zu weit weg. Komm, von hier oben kannst du doch locker da raufschießen, oder? Okay, gehen wir mal hin. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung, Rufus. Ganz deiner Meinung. Hier ist doch gar nichts. Wieso soll man hier raufgehen? Zum Berg. Ja, ne, ich bin nicht zum Berg. Echt so? Können wir nochmal ins Timedepot, glaube ich? Können wir da? Weiß ich nicht. Ich würde nochmal um ihn bringen. Das ist alles mit Starke, aber ich muss dringend zurück in meine Gegenwart. Ich habe keine Zeit für Geschichtsunterricht vom Arsch der Welt. Wenn du Zeit brauchst, bedien dich. Hier gibt es Massage davon. Hehe. Ganz viel Zeit. Geil. Na super. Das Timeport sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Ich glaube nicht. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Kann man vielleicht von hier? Gehen wir mal da hoch. Das bringt eigentlich gar nichts, oder? Ich erkenne hier... Können wir da hinschießen? Das ist zu weit weg. Anders ist nicht zu weit weg, Rufus. Eindeutig. Ja, es ist eindeutig nicht... Oh, lachen. Ja, finde ich auch. Können wir vielleicht... Und was? Temporaler Hackenschützer. Ähm... Und dann noch die Leiche... Können wir da nicht runtergehen zum Zeltlager? Ne, können wir nicht irgendwie. Hab ich das Gefühl. Da war noch was. Da war gerade was. Achso, das war Momet. 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 Äh... 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 Bellwillung. Ich bin bellwild. Das ist zu weit weg. Da ist er es nicht. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Doch. Das hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Das willst du. Das ist zu weit weg. Das ist nicht zu weit weg. Was haben wir denn noch? Zeltlager oder das? Hm. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Puh. Stillstand ist Rückschritt. Genau. Ich habe keine Zeit für Geschichtsunterricht vom Arsch der Welt. Wenn du Zeit brauchst, bedien dich. Hier gibt es Massisch davon. Massisch. Ich habe keine Zeit, mich mit den Einheimischen anzufreunden. Ich muss zusehen, dass ich einen Weg in die richtige Zeit finde. Oh, warte mal. Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Wie haben wir die Leichtje? Lache. Hier sub die... Was für eine... Könnt ihr nicht irgendwie aus dem Rand gehen? Ich erkenne hier... Hä? Nee. Hä? Hä? Wir haben hier aber... Hä? Was soll ich denn machen? Das ist zu weit... Außer die... Das ist nicht zu weit weg. Zu... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wir haben hier nichts. Nichts. Können wir da nochmal reintunken? Danke, ich hab noch. Nein, das ist doch nicht. Und diesen Schaden zu einschimmern. Na, dann wollen wir mal. Hä? Von hier aus geht's? Dein Ernst? Ha, Treffer! Läu. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Eben funktionierte das nicht. Äh. Ja, aber... Äh. Ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Äh. 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 Ja, hatten wir nicht gerade irgendwas? Hier wurde doch gerade irgendwas angezeigt. Da, Ring. 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 Okay. Äh. Hä? Ich, äh. Also. Äh. Tauchhelm. Huh. Wir haben einen Helm. Ähm. Hey. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon. Das ist diese saubere Goal. Seine Frau. Aber. Das kann nicht sein. Ich wusste es. Und das kann auch nicht sein. Und überhaupt. Der sollte doch nicht heiraten. Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber. Das hieß sie ja. Goal ist tot. Alle sind tot. Goal. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik. Jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Wir haben den Einhornring. Na, ob das noch funktioniert. Aha. Es funktioniert noch. Kann man vielleicht die Erdnüsse retten? Erdnüsse. 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 Danke, ich hab noch. Okay. Das muss ich nicht tachionisieren. Nicht so lang. Tachionisieren. Ah. Das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rubus. Du hast eine alte Frau. Die Datasetten-Sammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Was denn? Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Wo? Nachher. Rubus, ey. Nachher. Ich frag mich, wie lang das... Oh, Garagentor erstmal öffnen. Wie lang das Spiel noch geht. Weil wir haben erst elf... Elf Hüte. Erst elf Hüte. Ohne Hilfsmittel krieg ich das wohl nicht wieder auf. Ohne Hilfsmittel. Okay. Wir brauchen also irgendwie eine Brechstange oder sowas. Das ist ein Portal. Ein Portal. Aha. Ein Beet. Hier wächst gar nichts mehr. Hm. Jetzt vielleicht? Ich sehe hier kein Potenzial. Was? Nicht für Portale, noch für einen florierenden Gemüsegarten. Hm. Okay, dann nicht. Ich habe bestimmt schon so viele Hüte übersehen, ey. Bestimmt schon so viele Hüte. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Die brauche ich dringender als er. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Okay. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Ha. Hier haben wir noch die... Okay, hier haben wir die Pumpe. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Das ist eine andere Zwischenzeit, glaube ich, ne? Also eine andere Zeit, meine ich jetzt. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als... In der Zwischenzeit, ja. Dafür brauche ich... Und immer... Das Portal ist schon offen. Bei dem sehe ich... Bei dem sehe ich... Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Ein Profi wie ich überreist sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Alter! Nupsilator. Echt jetzt? Nice Schuss, Rubus. Muss ich ja sagen. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Noch reingreifen? Offensichtlich gelte ich noch... Hä. Ha. Irgendwie war es ja klar, ne? Irgendwie war es ja klar, muss ich sagen. Geil. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Ist nur, ist nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Ist nur. Ist mein Kind. Anspielung. Du bist, was du isst. Demnach wäre Macronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Ich präsentiere, macht potenzielle Zeit. Okay, das hatten wir schon. Kann ich die auch setzen? Echt? Cool. Aha. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachionenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Okay. Äh. Hä? Hä? Nichts Neues zu erkennen. Du bist demnach. Was kann ich damit machen? Ja, ich sollte mich wirklich gesünder ernähren. Verdammt. Warum habe ich das gemacht? Jetzt komme ich da doch nie wieder ran. Hä? Ah. Dafür brauchen... Ähm, dann gehen wir nochmal zurück. Hier vielleicht die Gd-Brille benutzen. Ich weiß es nicht. Aha. Ich sehe Potenzial. Ja, ja, ja. Da oben. Huh. Ich habe ein Portal gefunden. Nein, nicht an B. Ach, ich wollte nicht aufs B klicken. Obwohl, kann man das... Dazu müsste ich sie er... Okay. Erstmal aufbekommen. Das wäre sinnvoll, ja? Yeah. Durchs Portal. Das Portal, das in Mekronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Ach, wie? Kann ich da vielleicht die Dosen-Suppe durchwerfen? Geht das? Das Portal, das leider außer... Wollen wir nicht nochmal hier reingehe? Hat sich noch nichts verändert, okay? Okay. Wenn ich hier die 4-B-4-D-Brille nochmal aufsetze? Aha. Meine Erdnuss muss Ziegen mit... Ah, schade, okay. Ah! Ja! Geil! Okay. Eine Bohne. Oh nein. Ach komm, diese Magic-Bohne. Aus Disney... Aus diesem Disney... Film von... War das Mickey Mouse? Ich glaube, das war Mickey Mouse oder so. War das? Keine Ahnung. Nee. Irgendwas anderes. Jetzt wächst doch hier gleich so eine Bohnenranke hoch und der wird wahrscheinlich hochklettern können. Nichts Neues zu erkennen. Okay, Moment. Wenn wir jetzt hier... Ich sehe hier kein Widerführer. Okay, Moment. Einmal kurz durchs Portal. Und wieder zurück. Nee. Zum Start kehren? Und wieder zurück? Auch nicht. Hä? Das Portal leider auf. Ähm... Jetzt heißt es warten. Ja. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Ah, Moment. Ah, Moment. Moment, 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 Moment. Wenn wir jetzt... Die Bohne mit dem Tachionengedöns hier. Das muss ich nicht tachionisieren. Nicht so lange ich eine viel lässigere Methode kenne, Portale zu öffnen. Was ist denn mit dir? Okay, Moment. Kann ich das vielleicht da durchwerfen? Das Portal leider aus... Nein. Kann ich das... Moment. Nochmal durch das Portal durch, bitte. Dafür brauche ich... Ein Profi... Okay. Er wüsste bestimmt... Hä? Okay, jetzt bin ich wieder verwirrt. Können wir die... Ne. Geben wir das Marita. Geben wir das Marita. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Ist nur, du bist... Ist nur, ist nur, mein Kind. Äh... Können wir das wieder einpflanzen? Vielleicht woanders ins Beet, wenn ich hinten den kriege oder so. Keine Ahnung. Wenn ich das jetzt wieder mitnehme. Genau. Jetzt hier. Kein Potenzial. Oh Mann. Ach, komm schon. Ich brauche keine Vier. Hä? Hier habe ich ja auch nichts mehr, ne? Ich habe das Garagentor. Ich kann hier nirgends hin. Ich kann nicht da runter. Ich kann nichts machen hier. So weit. Das muss ich nicht sagen. Doch. Musst du. Dafür brauche ich... Und den Autor. Ich will das wieder zumachen. Ja, ne. Mutterhaube. Ja, okay. Äh... Armbrüste, Herr. Danke, ich habe noch... Ja, eben. Mensch. Hä? Hm?